Was geht ab und herzlich willkommen zu einer wunderschönen Runde Warns, nämlich Part 38, was wir gar nicht gerade nachgeschaut haben. Überhaupt nicht. Das wusste ich einfach noch. Ja, und wir spielen auf dieser wunderschönen Map und ich hoffe, dass ich ganz viele Würmer oben habe. Du warst das einzige... Alter. Oh, wäre ich da jetzt dran gewesen. Wo stehen denn meine Würmer? Wäre ich da jetzt dran gewesen mit Beinen. Was soll ich denn mit dem jetzt machen? Nach rechts ins Wasser springen am besten. Ich habe nichts. Doch, kann ich den? Das wird nichts. Wenn du da ganz oben dran kommst, dann... Okay. Besser als kein Schaden, würde ich mal sagen. Ja. Ich finde es übrigens gut, dass du dich nicht ganz links in die Ecke gestellt hast. Ja, habe ich jetzt nicht dran gelockt. Ach, guck mal. Komm, ein bisschen Leben können wir uns, glaube ich, noch zeitlich gönnen. Na, komm, gib Gas. Boah, das wäre fast böse geworden. Scheiße. Ich weiß aber nicht, ob das Wasser nicht über dich drüber springt. Naja. So, ich darf jetzt auch nicht zu stark werfen. Ich habe auch keinen Bock, dass es da oben gegen klatscht. Das war ein bisschen schwach. Ja, hey, würde ich mal sagen. Du willst dich verarschen. Ich will wissen, wie... Junge, das ist einfach ein einziger großer Scherz. Ja, okay. Ciao. Mach mal schön mit dir. Guck, so macht man das. Ja, das war ja auch wohl unfair. Bei dir ist er doch so eine Kugel. Wann haben wir den Wurmwechsel? So, mal gucken, ob da Armageddon drin ist. Hoffentlich nicht, ehrlich gesagt. Naja, aber das ist tatsächlich auch nicht schlecht. Esel musst du auch sofort einsetzen. Nee, Esel ist es nicht. Ey, wir haben ja noch gar nichts, ey. Mach das dir jetzt einfach mal nach. Ich meine nämlich, dass du die mehr Damage macht im Wasser. Hat es auch, oder? Bei dir hat es halt 25 gemacht. Äh, 25, oder? Ja, aber es klack ja auch an, dass ich einen anderen Wurm hatte. Ach so, stimmt. Oh, ist das ärgerlich, dass die wenigstens der eine nicht gestorben ist. Weil jetzt mache ich halt wahrscheinlich einen Abgang. Ich habe gehört, dir ist immer so kalt. Ja. Oh, fuck. Wirst du mich verarschen? Das Ding geht vom Wind beeinflusst, aber normalen Granaten nicht? Immer wenn hier das Sarg mit dem... Ich glaube, hier ist kalt, dann kommt es auf die Reckquette. Immerhin habe ich ein bisschen Wasser abgelassen. Das stimmt, dass ich ein bisschen Wasser abgelassen. Ähm... Ähm... Kacke. Komm ich noch näher da ran? Nee, nicht wirklich. Oh. Ähm... Ich wüsste jetzt, was ich mit dem anderen mitgemacht hätte, aber... Das war jetzt... Notlösung. Oh, da unten war es halt auch lecker. Da kommst du nicht hoch. Ohne Glück. Da oben kommst du eh nicht durch. Vergiss es. Ja. Dafür bist du zu fett. Okay. So geht es natürlich auch. Ja, der ist tough. So, kriege ich den... Oh, wir haben genau eine Runde erst später den Baseball-Schläger. Ich bin gerade echt glücklich, dass ich anfange. Scheiße, ey. Das ist gerade echt alles nicht so... Schön. Was ist denn das eigentlich? Das ist der kleine Wurm. Das ist der kleine Wurm. Mhm. Geh runter. Hast du gesehen, wie das scheiß Lee weggeflogen ist, ey? So durch den Kopfball. Oh na, nee. Und jetzt ist der dran. Der leckt mich doch. Oh. Ach, ein bisschen Glück. Ja. Geht so, ne? So super toll ist es jetzt auch nicht. Oh. So, jetzt will ich was Gescheites hier machen. Das ist leider kacke. Ähm. Wenn Hoffnung ist, wenn ich die Nate, äh, die, das Dynamit müsste eigentlich dafür sorgen, dass das Wasser dich weg. Ja, das vermute ich auch. Das wäre eigentlich ziemlich nice, wenn ich darüber nachdenke. Ja, oder einfach die Explosion reicht auch. Gut. Und dann hat Papa die Führung übernommen. Nicht mehr lange, Junge. Nicht mehr lange. Komm mal schauen. Das ist ja kacke, ne? Wenn man nicht die ganz kleinen Würmer nimmt. Hat auch ein paar Nachteile. Boah, was mach ich denn jetzt hier unten? Alte vier. Hab ich gestört, der Zipfel. Aber... Na ja. Jetzt ist der dran. Das ist ein bisschen schlecht. Hab ich noch... Ja, das will ich dafür jetzt aber auch nicht verschwinden. Komm, geh jetzt da hoch, du... Netter Junge. Ich will dich hier eigentlich finishen. Würde ich sagen, mach mal das ein. Das wird nix. Geh weiter. Geh weiter. Das wird was. Das war knapp, aber... Das wird reichen. Da du bist. Ja. Na scheiße, jetzt mach ich nur zwar einen Abgang, aber... Schön war's trotzdem. Sebastian, lass darüber sprechen, okay? Die Zeit für Worte... Die Zeit für Worte... Man sollte seine... Fliege! Oh, schade. Oh, ich hab so gehofft, dass ich da auf einen Nippel da lande. Oh, guck mal. Der hat mich grad voll nachgemacht. Ähm. So, ein Sternendynamit wäre hier eigentlich ganz angebracht, würde ich sagen. Aber die reicht leider nicht aus. Oh, mein Gott, das war die falsche Tasse. Schön. I like this. Ah, scheiße. Was haben sie denn gerade mit mir gemacht? Weiß ich nicht mehr. Ja? Wollen Sie mir das nochmal erklären? Weil... Ich wollte... Ach so, wenn ich den Krieg verstanden habe, ich muss nur hier diese Tasse drücken. Hier und dann... Ach, sehen Sie mal. Kann schnell werden. Oh. Okay, der ist ein Schaden, ist egal. Mist. So, ich glaube, mein links oben ist jetzt dran. Ja. Oh, ich hab hier noch zwei Drömer, ist nicht los. Ah, jetzt seh ich auch, was da drin ist. Zwar nur Kotze, aber ist egal. So. Ich hab ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, ob das, was ich hier hinlege, jetzt gleich ausreichen wird. Ich weiß es einfach nicht. Ich hoffe es. Das wird ausreichen. Das reicht. Mach da 25. Oh, 35 sogar. 35. Das ist gar nicht so schlecht. Hast du so 10 weniger als bei den ganz großen? Ne, der macht 55. Ne. Bestimmt. Ich konkurriere. So. Jetzt hast du den Leben Vorteil, glaube ich. Aber... Dann nennen wir jetzt nicht so viel, ne? Na, stimmt. Mein Wurm da oben hat immer einen 200. Ja, stimmt. Ich hab da oben zwei volle Würmer. Ja. I like this. Wirst du Feuer oder was? Bitte nach rechts. Mähler. Hey. Gefällt mir. Das hab ich immerhin eine Feuerschneiße gezogen. Das Problem ist, ich kann dich von hier oben auch wirklich... Ich kann da nichts machen. Oh, ich bleib noch ein bisschen unten. Also, ich könnte es jetzt ja einfach mal ein Präventionsding da hinlegen. Schaden kann er, denke ich nicht. Im Fall, dass du meinst, du willst dich da hin teleportieren. Ne, gut. Dann, äh... Wird jetzt teleportiert. Hey, dieses Ding macht halt so viel Schaden und so asozial. Tja. Das macht richtig viel Schaden. Oh, kacke, ey. Ah, das ist nicht so nice. Vor allem, ich kann halt auch nicht antworten. Ich kann halt echt nicht antworten. Was ist nochmal Teleport-Schild? Äh... Einfach das normale Schild. Der hat das... Ja, ich hab's... gesehen. Was mache ich denn jetzt mit dem da unten? Da rechts in den Abgrund springen. Boah, das ist eine Möglichkeit. Ich evaluiere mal andere Möglichkeiten. Links in den Abgrund springen. Da komme ich noch nicht hoch. Ey, rechts in den Abgrund springen könntest du mir ja nicht. Ja doch, da ist ja noch Seile, oder? So, dann können wir mal hoch. Aber jetzt kann ich mal was Interessantes machen. Ich mein, ich mach mir da jetzt grad ja auch selber kein Kollateralschaden. Das heißt... Ich weiß halt nicht, ob das ausreicht. Wenn nicht, werfe ich ne Hauli. Aber die treffe ich halt nie. Ich bin heute viel zu kacke dafür. Das war viel zu weit. Das war viel zu kurz. Ja... Stimmt leider. Scheiße. Und jetzt hätte ich ne Lücke. Natürlich. Ja gut, das hätte ich ja nicht gemacht, wär's ja nicht da oben gewesen. Ja, da jetzt am Ageno nur so drin ist dann... GG. Was? Das war jetzt... Strange. Das war jetzt geil. Weißt du, was noch geiler ist? Ja, dass du jetzt da dran bist. Was war'n das? Gut war das. Ich dreh mich mitten im Flug um. Scheiße, ich weiß nicht, ob der Explosion 2 ist groß genug. Der ist groß genug. Ich mach's einfach nur mal sicher. Was machst du mit auf... Was zum Teufel machst du? Wasser. Das war mir safer. Vor allem, du hast glaube ich keinen Jetpack mehr. Ja, ja. Hast du das eins gezogen? Oder du kaufst dir eins? Hab' ich noch? Oh nein, da komm's... Nee, also du... Oh mein Gott, ich hasse das Spiel so hart. Das ist jetzt kritisch. Ach, du bist doch nicht vorbei. Weil er's nicht hinbekommt. Oh! Du bist ein bisschen bescheid, aber komm. Geil, ey. Scheiße, ich hab' gehofft, dass das weitergeht. Ich sollte nicht so weit rauszoomen. Ja, ich muss das inzwischen denken. So, aber jetzt wird's interessant. Ja. Sehr gut. Ich hab' keine Lust mehr. Oh, es ist unnötig. Wobei, ich hätte dich auch nicht killen können, Jero. Ja, nee. Mein Problem ist, ich komm' da jetzt auch nicht weg. Das stimmt. Aber ich kann den hier zumindest machen. Und ich dich dann da oben mal wegmachen. Find' ich aber nicht nett, muss ich sagen. Hast du mir überhaupt genug Damage? Oh, fuck. Ja! Ja! Oh mein Gott. Kennst du das, wenn du ne Taste drückst und in dem Moment beißt, das war ne Scheißidee? Oh mein Gott. Ja. Ähm. So, ich muss jetzt mit dem hier erstmal kurz Zeit verschaffen. Scheiße, ich weiß jetzt nicht, wie weit der hochsch... So. Ich weiß nicht, ob ich da unter Wasser stehe, ist mir jetzt aber auch ehrlich gesagt scheißegal. So. Ja, was machst du? Du kommst nicht weg. Du kommst nicht weg. Halb sechs. Oh verdammt, er kommt weg. Das killt mich nicht. Ich weiß, dass es dich nicht killt. What the fuck? Oh, du fliegst ne runter. Hä? Hä, was war denn das jetzt noch für ein Geräusch? Brrrrrr. Nee, nicht das. Dieses irgendwie... Wie wenn ne Kiste runtergefallen wäre oder so. Da ist ne Kiste runtergefallen. Ja und ich find's schön, dass jetzt wieder mein Scheißkabel von meinem Paket-Z richtig schön sich in nem Stuhl-Ding da verhagen hat, ne Rolle. Oh ja, das ist immer nervig. Ja, äh... Wär ich runtergefallen, wär ich nämlich tot. Es lebt noch. Boah, ich muss mich mal ganz kurz überlegen, schaffe ich... Oh, ich weiß nicht, ob's reicht. Ich bin jetzt einmal dran, du bist einmal dran, doch du bist eigentlich. Was war das jetzt? Och, nö. Ich bin immerhin bin ich nicht tot und hab den Weg da freigemacht. Ach, war das kacke, ey. Ich hab mich ja noch nicht mal bewegt, ich bin direkt nach rechts, also ich bin halt nach rechts gelaufen. Komm, Rotzinom. Willst du mich verarschen? Och, schade. Das wär halt richtig nice, wenn du das da durchschießen. Das ist jetzt asozial. Oh. So, ich hab jetzt ne Lücke. Oh nein, bitte, bitte nicht. Aufhören! Oh, guck, 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 guck. Ich hatte auch noch sein Wasserpack. Selbstverständlich hab ich mal ein Wasserpack. Das wird nicht reichen. Ich weiß. Das muss doch gar nicht. Oh. War gar nicht so... ...so dumm. Oh, scheiße, was mach ich? Oh, roll doch nach rechts so kack. Ich löse eh keine Minen auf. Das fällt mir grad auf. Oh. Er ist tot. Ich mein, stirbt dein Wurm da unten. Aber das hätt ich auch wissen können, hätte ich direkt nach dem anderen gehören. Ähm. Boah, das ist jetzt grad echt schwamm, ey. Was ist das? Okay. Halb so wie ich. Komm, frei wenigstens an der Kante an. Oh, schade. Oh, verdammt. Ja, das ist jetzt schon kein ganz Kleiner, hätte ich jetzt echt schon ein Problem. Warum? Oh mein Gott. Oh, zum Glück. Wirklich? Äh, ja, Mine und ich wär da wahrscheinlich erst gar nicht hingekommen. Ähm, hab ich noch irgendwas Schönes für dich. Das weiß ich nicht. Hast du? Wäre da kein Wasser? Ja. Doch, ich hab mal was richtig Schönes für dich. Fällt mir grad auf. Oh, fuck. Das hab ich gar nicht gesehen. Das muss ich jetzt noch gescheit machen. Das war halbwegs so kräftig. Ich bin nicht der, der 41 Leben hat. Oh mein Gott, Alter, das ist halt echt, weil es ein guter Zug kann das jetzt beenden. Wobei ich glaube, du kannst mich nicht innerhalb von einem Zug killen. Oh, scheiße. Außer du triffst die... Nein, das... das... Oh mein Gott. Erst noch mal den. Wenn du die links... Ach, das war nicht so. 30 Schaden, als ich sehe super viel. 60 Schaden. Boah, was? Und ich hab den Weg geebnet für die Holy. Oh, fuck. Das ist jetzt nicht so geil. Ich muss erst mal, äh... Sicherheitsabstand. Oh, fuck. Das, äh, ist echt nicht so super geil. Das bringt mir sowieso nix. Scheiße. Ich weiß, was mir das bringt. Oh. Geh nach rechts, hau. Ja! Ja! That is it! Du wärst dem nächsten Zug tot gewesen, weißt du das? Was hat... oder wieso? Was hattest du? Das Wasser-Ding. Den... Den Wasserangriff? Das Wasserflugzeug. Oh, jeezus. Da wär ich halt echt tot gewesen. Nur vorher konnte ich nix machen, weil da der Weg noch so scheiße war. Stimmt. Ja, Freunde der Finsternis. Äh, ich hoffe. Euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Sebastian auch. Weil er mag es, wenn ich gewinne. Nehme ich mal an. Ähm... Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Und... Ja, bis denne. Ciao, ciao! Tschüss!